Palo Alto, da aktualisiere ich den Kurs auch noch mal kurz, da stehen wir jetzt hier bei minus 5,6 vorbörslich, da waren wir bis minus 8% gestern unten in der Nachbörse, das können wir uns hier noch mal kurz anschauen, also wir hatten hier die letzten Zahlen von Palo Alto, da ging es sehr deutlich nach unten, da hatte ich euch das Ganze gezeigt und hatte gesagt, naja, vielleicht ist das doch ein wenig überzogen, dieser große Abverkauf hier, der hatte insbesondere damit zu tun, dass man das Modell hier umgestellt hat auf so ein Free-Modell, dass man Leute kostenlos oder Kunden kostenlos in die Startprodukte reinnimmt und dann nachher versucht, die in bezahlte Abonnements umzuwandeln, damit ist Peloton vor kurzem schon gescheitert, Palo Alto versucht es jetzt auch, da hatte ich auch gesagt, na eine Bounce ist wahrscheinlich, aber oft ist es so, dass diese Tiefs dann noch mal getestet werden, war dann hier auch so der Fall, Anfang April sind wir noch mal bis in den Bereich der Tiefs zurückgekommen, seitdem sah das Ganze eigentlich ganz nett aus, auch jetzt im Vorfeld zu den Zahlen hatten wir hier eine ganz schöne Sequenz, blöderweise sind wir jetzt hier runtergekommen und lagen gestern schon irgendwo so bei 285 Dollar, glaube ich, so bis in diesen Bereich sind wir runtergekommen, wenn ich mich nicht irre, haben also das letzte Tief auch unterschritten, müssen wir mal schauen, wie das Ganze da weitergeht, die Zahlen an sich, die waren wirklich nicht schlecht, wenn wir da mal drauf schauen, dann sehen wir, dass wir hier 15% Umsatzanstieg hatten mit 20% Gewinnanstieg bei Palo Alto, auch das, was fürs Laufende und fürs nächste Jahr erwartet wird, sind weitere Gewinnanstiege, wir haben aber auch gesehen, dass die großen Fonds hier schon ein wenig nervös geworden sind, die haben also nicht weiter dazu gekauft, das war das erste Quartal jetzt seit längerer Zeit, dass die Fonds nicht mehr weiter gekauft haben, das hatten wir hier seit Juni 2022 sehr deutlich gesehen, bis Dezember 2023, wie gesagt, jetzt das erste Quartal, wo das nicht mehr so gelaufen ist und das ist natürlich auch ein Schub für den Kurs, der nachher irgendwo fehlt, da fehlt einfach der Umsatz, mit dem das Ganze hier laufen könnte und das macht es ein wenig problematisch momentan. Von Seiten der Bewertung her müssen wir natürlich auch sagen, die Aktie ist nicht billig, die lag hier gestern zum Marktschluss bei einem 55-6er-Kurs-Gewinnverhältnis für die nächsten zwölf Monate. Jetzt sind wir doch deutlich nach unten gekommen, das heißt, wir werden hier ein wenig auch runtergehen, wieder im KGV, zum einen, weil der Kurs runtergekommen ist, zum anderen, weil die Erwartung der Gewinne ein wenig erhöht worden ist, 556 bis 558 erwartet man jetzt nach 552, die der Konsens hatte und 545 bis 555, die man vorher in Aussicht gestellt hatte. Da sind wir also jetzt ein paar Cent höher reingekommen auf Jahresbasis. Ich glaube, das, was den Anlegern hier nicht geschmeckt hat, das war der Ausblick fürs laufende Quartal, fürs vierte Quartal. Da hat man nämlich jetzt relativ klar gesagt, der Gesamtumsatz, der wird am oberen Ende der Range gerade mal das erreichen, was die Analysten erwartet hatten, nämlich 2,17 Milliarden. Und so ähnlich sieht es auch aus beim Gewinn pro Aktie. Da lagen die Analysten bei 1,42 im Konsens. 1,40 bis 1,42, das ist die Range, die genannt worden ist. Und auch eben diese Billings, die recht wichtig sind für diesen ganzen Softwarebereich, die haben ein wenig enttäuscht bei Palo Alto und deswegen ist die Aktie hier ziemlich stark abgestraft worden. Ich muss sagen, für mich bleibt das das gleiche Credo wie nach den letzten Zahlen hier drüben. Ich denke, diese Rücksetzer unter 300 Dollar, die können laufen hier bis Richtung 250 Dollar. Das ist gar nicht die Frage. Das wäre auch noch völlig normal. Das ist eben eine Aktie, die in einem hohen KGV bewertet ist. Aber mittelfristig sind das für mich eher Kaufchancen. Ja, ich halte sehr viel immer noch von Palo Alto langfristig. Ich halte den ganzen Cyber Security Bereich für wichtig und am Ende dürften alle diese Werte profitieren. Egal, ob es eine Crowd Strike ist, ob es eine Palo Alto ist, ob es eine Zscaler ist, ob es eine Cloudflare ist. Ich denke, die dürften alle nach und nach auf lange Sicht weiter ansteigen. Einfach schon alleine, weil das CapEx in dem Bereich ansteigt von Seiten der Unternehmen. Und ich glaube, da wird Palo Alto genauso profitieren wie alle anderen. Kurzfristig, ja, Volatilität, mittel- bis langfristig, glaube ich, sieht das Ganze weiter vernünftig aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. läuft gut läuft auf, bei mir geht das Ganze auf, ich denke ich glaube, ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017